Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Beine und Finger beginnen sich auszuprägen. Nase, Kinn, Mund und Ohren beginnen sich zu formen. Geschlecht, Augen und Haarfarbe, sportliche oder künstlerische Begabung, die Nase von Papa und die Locken von Mama, alle wichtigen Erbinformationen trägt der winzige 0,12 cm große Keimling schon in sich. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.